Liebe HörerInnen von Migrant Story, die folgende Episode ist vor dem Einmarsch der russischen Militärs in die Ukraine aufgenommen worden. Aus diesem Grund nimmt diese Folge keinen Bezug darauf. Vor über 40 Jahren mussten meine Familie und ich, wie auch viele Millionen weiterer Afghanen, aufgrund der sowjetisch-russischen Invasion das Land verlassen und haben Angehörige verloren. Wir fühlen mit den Menschen in der Ukraine, wie auch mit jenen Menschen, in deren Länder es aktuell kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Die Welt ist nicht linear. Die Welt ist überhaupt nicht linear, sondern Setbacks gehören zum Erfolg mit dazu. Vieles, was ja Kultur ausmacht, kann ja gar nicht anhand eines Wikipedia-Artikels gelesen werden. In dem einen Moment ist man so der Ausländer, der irgendwie nach einem Vorstellungsgespräch sucht. In dem anderen Moment ist man das asiatische Superkind. Bei Migrant Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghane, Flüchtlingskind, Start-up-Investor und euer Host. Willkommen bei Migrant Story. Heute mit der Story von Toan Nguyen. Es gibt sie, die Menschen, die es irgendwie geschafft haben, sich mit Haut und Haaren eine Leidenschaft hinzugeben und diese Passion auch noch zu ihrem Beruf gemacht haben und sich darin kontinuierlich weiterentwickeln und neu erfinden. Toan Nguyen ist Gründer und Geschäftsführer von Jung von Matt Nerd und jüngster Partner in der Firmengeschichte der Kreativagentur Jung von Matt, die in Europa zu den Bedeutendsten gehört. Toan gilt als einer der führenden Experten für popkulturelle Themen und berät internationale Marken, wie sie sich neu positionieren müssen, um auch in Zukunft relevant zu bleiben. Lieber Toan, es ist mir eine unglaubliche Freude, dich heute bei Migrant Story begrüßen zu dürfen. Danke, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Toan, du bist in Deutschland geboren und gleichzeitig Kind vietnamesischer Einwanderer. Über deine beruflichen Aktivitäten liest man sehr viel in unterschiedlichsten Medien. Über deinen Hintergrund, deiner Familie liest man eigentlich gar nichts. Wann und wie sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Ja, also ich bin 1986 in Deutschland geboren. Zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern schon seit circa acht Jahren in Deutschland. Meine Eltern sind 1978 nach Deutschland gekommen. Und es ist ganz spannend an dem Punkt, ich wollte mich natürlich für den Podcast gut vorbereiten und habe meinen Vater im Vorfeld am Wochenende gefragt, ob er Zeit hätte, mit mir zu telefonieren und mir nochmal die Umstände eigentlich dieser Reise und vielleicht ein paar Details, damit ich nichts Falsches erzähle, zu erzählen. Und mein Vater meinte definitiv, aber er war nicht in der Lage, mit mir zu telefonieren, hat es mir lieber per E-Mail geschrieben. Und das fand ich irgendwie nochmal bezeichnend und auch natürlich ein Stück weit auch wie verständlich. Deswegen, das, was ich jetzt quasi schildere, kann gar nicht im ganzen Umfang eigentlich widerspiegeln, was wahrscheinlich zu dem damaligen Zeitpunkt emotional, situativ und natürlich auf dieser menschlichen Ebene passiert ist. Aber das ist, was ich zumindest weiß. Und Ende der 70er Jahre, also nach dem Vietnamkrieg, als natürlich, als sich die Nordvietnamesen und die Südvietnamesen bekämpft haben, der Vietnamkrieg ging ja mehrere Jahre, hat meine Familie in Vietnam einfach gemerkt, dass es halt schwierig ist, dort weiter Fuß zu fassen. Wir sind Südvietnamesen. Das heißt also für alle, die vielleicht den Vietnamkrieg nicht so auf dem Radar haben, aber wir waren eher auf der Seite der Verlierer. Und vor diesem Hintergrund gab es zwar nach dem Krieg die Hoffnung auf Versöhnung, aber was die Realität war, ist, dass die Südvietnamesen wirklich auch in vielerlei Dimensionen Schwierigkeiten im Alltag ausgesetzt waren. Also wirklich große Schwierigkeiten hinsichtlich der Diskriminierung, aber eben auch Dinge wie, dass man eben nicht studieren gehen konnte, dass man auch teilweise enteignet worden ist. Und vor diesem Hintergrund haben meine Großeltern den Entschluss gefasst, dass die Jungs, das waren damals mein Vater, der war 17, 18, sein großer Bruder, der war 20, und mein Onkel, der war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 14, dass die eigentlich flüchten sollen aus dem Land raus. Und es gab damals irgendwie, ich sage jetzt mal irgendwie so eine Grauzone, chinesische Abstämmige in Vietnam hatten die Möglichkeit, über Boote aus dem Land zu fliehen. Und das wurde quasi von der Regierung mit einem halben Auge zugeduldet. Und da haben sich dann quasi mein Vater und meine Onkels haben sich dann quasi mit chinesischen Identitäten und chinesischen gefälschten Pässen haben sich dann drauf zugesattelt und sind dann quasi auf dem Boot. Und man kennt es ja, die berühmten Boat People sind dann quasi aus dem Land dann raus. Was dann, glaube ich, interessant ist an der Stelle. Und deswegen, man kann es gar nicht wahrscheinlich gut beschreiben, wenn man da selber nicht ansatzweise da gewesen ist. Und ehrlicherweise, ich habe mich auch, um mich reinzufühlen, versucht, YouTube-Videos zu gucken, um zu sehen, wie denn so eine Boatreise dann auch aussieht, wie das denn damals gewesen ist. Und habe es aber ehrlicherweise gar nicht ausgehalten. Als Vater von zwei Kindern, ich habe zwei kleine Töchter, das ist einfach viel zu krass, ehrlicherweise. Und so war halt dann die Reise, dann über das Boot, und die sind dann quasi zwischengestrandet in Malaysia. Zum damaligen Zeitpunkt gab es ganz viele Abkommen mit verschiedenen Ländern. Und viele Leute, die zum Beispiel auf der Verwandte in den Staaten hatten, sind dann tatsächlich dann auch in die Staaten gekommen. Leute im akademischen Abschluss haben präferiertes Handling bekommen, um in bestimmte Länder halt zu kommen. Was aber bei meiner Familie der Fall war, ist eben größtenteils halt minderjährig. Noch kein akademischer Abschluss. Keine direkte Verbindung in die Staaten. Das Resultat von denen war eben zwischengelagert zu werden. Und diese Zwischenlagerung in Malaysia auf einer Insel ging tatsächlich ein Jahr. Und mein Vater beschrieb es so, und immer wieder kam auch dieser Begriff irgendwie, es gab verschiedene Kategorien und Kasten damals zu der Zeit, und sie gehörten tatsächlich zum Müll, die immer auf die Müllabfuhr gewartet haben. Was er damit versucht hat zu sagen, ist, dass man immer wieder irgendwie Hoffnung halt hatte, weil die Amerikaner waren ja die Alliierten der Südnamesen zu der damaligen Zeit, dass es irgendeine Möglichkeit gäbe, irgendwie in die USA zu kommen. Aber die tat sich nicht auf. Eben nach mehreren Monaten, fast einem Jahr, waren sie halt immer noch in Malaysia auf dieser Insel. Und zu dem Zeitpunkt waren es dann schon fast 50.000 Flüchtlinge, die quasi auf wenigen Quadratkilometern untergebracht worden sind. Vielleicht war es aber sogar nur ein Quadratkilometer. Also es war wirklich viele Menschen auf engen Raum. Und die Müllabfuhr war quasi das Synonym für diejenigen, die auf andere Länder verteilt worden sind. Und meine Onkel und mein Vater haben dann den Entschluss gefasst, dann wirklich auch mit der Müllabfuhr sich dann wegbringen zu lassen, ohne 100 Prozent zu wissen, wohin die Reise dann geht. Und es wurde dann Deutschland. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt, z.B. mit meiner Oma und meinem Opa, war das wohl voll das Drama. Weil die deutsche Reputation zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt nicht so super, zumindest global gesehen, nach Ausländerfreundlichkeit geschrien hat. Und meine Oma direkt so, Gott, zu den Nazis. Es entpuppte sich ja aber im Nachhinein als totaler Glücksfall. Das kann ich ja vorwegnehmen, dass dann meine Familie nach Deutschland kam. Aber so war das eben. Also mit dem Boot als Boat People nach Malaysia, dann ein Jahr dort geblieben, mit der Hoffnung nach Amerika gehen zu können, was aber nie funktioniert hat. Und dann eben durch Glücksfall nach Deutschland. Und das müsste 1978, 1979 gewesen sein. Und die Tatsache, dass du ja mit deinem Vater bisher noch nicht über diese Reise, nenne ich es in Anführungsstrichen, gesprochen hast, zeigt dir, wie viele Wunden hier eigentlich noch bei ihm schlummern und diese Narben eigentlich noch gar nicht verheilt sind, dass über E-Mail die Kommunikation oder die Schilderung der Geschichte und der Reise erfolgt ist, zeigt dir im Grunde auch, dass das selbst 30 Jahre, 40 Jahre später immer noch etwas ist, was einem sehr schwer über die Lippen gehen kann. Total. Ich meine, ich bin jetzt 36 Jahre alt, habe selber eine zweieinhalbjährige Töchter und eine Tochter, die sechs Monate alt ist. Also ich bin meinem Vater eigentlich jetzt so nah wie noch nie. Und trotzdem haben wir nie darüber gesprochen. Also mit nie meine ich wirklich nie. Und ich respektiere das natürlich auch. Aber das ist tatsächlich der Stand der Dinge. Deine Mutter ist leider verstorben, als du drei Jahre alt warst. Hast du das gespürt? Denn du hast ja bereits geschildert, wie viele Wunden es hinterlassen hat, das Land zu verlassen. Und jetzt, weniger als eine Dekade später, muss deine Familie und insbesondere dein Vater mit diesem erneuten Schicksalsschlag zurechtkommen. Inwieweit hat sich dann euer Leben nochmal komplett verändert? Also jetzt konkrete Erinnerungen an meine Mutter habe ich leider nicht. Also es verwischen sich Erinnerungen mit Fotos vielleicht, die man aus so alten Familienalben halt kennt. Aber unter dem Strich hat es natürlich ganz, ganz viel mit mir, aber vor allem mit uns als Familie, als Kollektiv gemacht. Du sagst es ja ganz richtig, also das eine ist irgendwie aus der Heimat zu flüchten oder aus dem Heimatland. Und dann kommt man an, kennt die Sprache nicht, kriegt dann auch noch irgendwie ein kleines Kind. Und dann kommt schon der nächste Schicksalsschlag um die Ecke und die Frau verstirbt und man ist auf einmal alleinerziehender Vater in dem Sinne. Du müsstest definitiv eigentlich meinen Vater einladen, aber da wir ja wissen, dass er ja nicht gerne über Dinge spricht, wäre das dann irgendwie vielleicht auch nicht perfekt. Aber da habe ich auch ganz viel durch Hochachtung, Empathie, Respekt vor dieser Situation. Was es auch auf jeden Fall auch gemacht hat, ist, es hat uns alle nochmal doppelt und dreifach zusammengeschweißt. Also das kann ich aus der Perspektive auch jetzt mit Abstand und aus der Sicht eines Erwachsens definitiv auch sagen. Wir waren sowieso schon auch eine sehr, sehr eigengeschworene Familie und damit meine ich, später kamen eben auch meine Großeltern nach Deutschland, dann eben auch meine Tanten und ich sage jetzt mal alle Vietnamesen, die man dann irgendwie zu dem Zeitpunkt in Deutschland halt kannte. Und auch zu der Familie meiner verstorbenen Mutter haben wir nach wie vor eben auch noch ein starkes Bonding. Als Gemeinschaft sind wir natürlich super stark zusammengewachsen. Was hat das mit mir gemacht? Also ich glaube, dass ich das Glück hatte, dass ich alle sehr bemüht habe, mich das nicht spüren zu lassen. Also dass mir im Prinzip ein Teil fehlt und dass ich, das würde ich immer auch wieder so unterschreiben, jemand bin, der immer sehr geliebt worden ist. Also ob das jetzt von meinen Großeltern war, die natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit für mich aufbrachten, auch mein Vater, der das natürlich in dieser Form zumindest in Worten nicht artikulieren konnte, aber ich habe es immer gespürt, aber auch von meinen Onkeln und Tanten. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir über meine Persönlichkeit und berufliche Karriere auch immer geholfen hat, dass ich mich immer sehr geliebt, beschützt und geborgen gefühlt habe. Klar, dass man als halbweise aufwächst, hat natürlich auch andere Seiten im Leben. Logischerweise hat mein Vater viel gearbeitet. Mein Vater ist heute Chefarzt und damals war er Assistenzarzt. Hat natürlich viel gearbeitet, um natürlich auch die Familie finanziell zu unterstützen. Hat also quasi alles gegeben, was er geben konnte. Meine Oma war jetzt nicht fließend im Deutsch, aber für die Verhältnisse schon ganz gut. Aber so Behördengänge und so konnte sie jetzt nicht alleine machen. Und da brauchte sie auch immer Unterstützung später auch von mir. Das hört sich jetzt so negativ an, aber es ist gar nicht negativ gemeint, ehrlicherweise, weil es durch diese Situation, also es gab, meine Eltern waren halt nie bei Kindergarten oder Schulfesten oder sowas, bei allen Sachen, wo es die Interaktion mit Lehrern bedarf. Das habe ich halt selber gehandelt, weil mein Vater faktisch nicht konnte. Und es hat mir im Nachhinein ein hohes Selbstvertrauen in mich selber gegeben. Das ist so der Nebeneffekt. Das ist ja immer multidimensional. Das ist ja nicht mal alles schlecht oder alles gut. Und das ist immer so abhängig auch vom Kontext. Aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass es natürlich erst mal ein herber Schicksalsschlag war. Es hat aber die Familie eben noch zusammengebracht. Und bis heute sind wir tatsächlich auch eine super eingeschworene Familie über alle Cousins und Cousinen hinweg. Und ich glaube, das waren dann eben so die Schicksalsmomente, die dazu geführt haben. Gibt es Alltagssituationen, in denen dir bewusst wurde und vielleicht auch weiterhin bewusst wird, dass du anders bist, dass du eine andere Geschichte hast, einen anderen kulturellen Hintergrund? Also, dass ich anders bin, ja, das kriege ich sehr regelmäßig eigentlich auch zu spüren, sowohl im ganz negativen Sinne natürlich auch, aber, und das möchte ich an der Stelle auch betonen, auch manchmal im positiven Sinne. Ich finde ja, dass es ja unterschiedliche Arten und Weisen geht, damit umzugehen, dass man in Schubladen gesteckt wird und dass man aber auch vielleicht manchmal erkennen kann, dass gewisse Schubladen, und das ist zumindest, kann ich jetzt in meinem Fall dafür sprechen, auch manchmal helfen. Also, ich habe es dir ja mal erzählt, so eine Geschichte, die so meine Alltagsrealität ganz kurz widerspiegelt, ist, dass ich in einer großen europäischen Stadt ins Taxi steige und sage, ich müsse zur XY-Bank und XY-Adresse. Und dann fährt der Taxifahrer so los und dann macht er so ein bisschen so ein Gesicht, überlegt, dreht sich um und sagt mir, da gibt es aber keine Geldautomaten. Und dann sage ich, ich will ja auch gar kein Geld abheben. Und dann sagt er, ah, Vorstellungsgespräch? Und ich sage, nee, ich habe einen Termin dort, einen Geschäftstermin. Ah, okay. Und dann komme ich da beim Taxi an und steige aus, bezahle das Geld und war dann der Typ, der irgendwie Geld abheben wollte, um zu diesem Headquarter zu fahren oder ein Vorstellungsgespräch. Gehe zum Empfang, melde mich an und werde auf die Vorstandsetage gebracht. Und wirklich ganz executive launch und wirklich schön gestaltet. Gehe in den Raum rein, warte kurz, dann kommt der Vorstand, der Finanzvorstand, gucke mich an und du siehst sofort im Gesicht, dass etwas passiert mit ihm. Aber eher so beeindruckt. Weil da so ein junger Mensch sitzt, alleine irgendwie im Vorstandsmietigen und dann wurde ich dann irgendwie von dem Menschen, der mich dann da hingebracht hat, dann auch sehr, sehr schön eingeführt. Und über das ganze Gespräch mit diesem Vorstand, es ging um E-Sports und Gaming, hieß es immer wieder, ja, das würde uns ja das und das bedeuten. Ich versuche das mal schnell im Kopf auszurechnen. La, 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 la. Ja, ich bin leider im Kopfrecht nicht so gut wie sie. Und das finde ich halt ganz gut. In dem einen Moment ist man so der Ausländer, ja, der irgendwie nach einem Vorstellungsgespräch sucht. Und in einem anderen Moment ist man das asiatische Superkind, ja, das offensichtlich wahnsinnig gut im Kopfrechnen ist. Ich bin gar nicht so gut im Kopfrechnen. Also ich finde irgendwie, das ist interessant, aber das ist jetzt nicht meine Superkraft. Und sitzt dann in einem Vorstandsbüro. Ja, und es ist bis heute so, und das weiß ich auch, dass mir das eben auch hilft. Ich glaube, dass mein jugendliches Auftreten, mein teilweise konventionelles Äußeres und meine asiatische Heritage, dass das bei manchen Menschen im Kopf Wunderkind-Assoziationen auslöst. Und das hilft mir tatsächlich auch oft. Und insofern ist mein Alltag dadurch geprägt, dass ich manchmal doof behandelt werde, um es mal ganz salopp zu sagen. und manchmal sehr privilegiert. Und es hängt immer vom Kontext ab. Man spricht ja auch vom Asian Privilege, dass oftmals eben gewisse Attribute Menschen aus Südostasien zugeordnet werden. Darüber hinaus gibt es ja auch andere Konflikte, die wir mit uns und mit der Familie austragen müssen, um die beiden Kulturen irgendwie in Einklang zu bringen. Gibt es da Situationen, die für dich besonders schwer waren? Sagen wir mal prägend. Und ich würde sagen, es gab sicherlich diverse Situationen, die interessant waren, aber definitiv eine Situation, die prägend waren. Das war als meine Tochter quasi auf dem Weg war. Meine Frau war, glaube ich, im vierten, fünften Monat schwanger oder so. Und wir dann tatsächlich über Dinge wie eben Hochzeit heiraten und dementsprechend natürlich auch mit dem Kind Namen, Nachnamen nachgedacht haben. Und eine Diskussion war schon auch unsere Tochter nach meiner Frau, meiner Ehefrau, die Deutsche ist. Und ich lebe ja relativ öffentlich auf digitalen Kanälen, man kann das ja herausfinden, aber meine Frau heißt halt Katharina Hohenstein, ist Zahnärztin in einer wirklich auch renommierten Privatpraxis. Also Doktor Katharina Hohenstein, das ist, wenn man halt in Hamburg lebt, sind das erstmal so drei Klänge, die eine große Harmonie und Kraft entfalten können. Und da war natürlich auch die Überlegung eben, vielleicht auch Hohenstein zu wählen. Und das haben wir tatsächlich dann im gemeinsamen Urlaub dann auch überlegt. Und ich habe mir tatsächlich gar nicht so viel dabei gedacht, als ich das erzählte. Und mein Bruder, mein Halbbruder, ich sage immer Bruder zu ihm, also für mich, auch wenn das, mein Vater hat ja später nochmal geheiratet, für mich ist das eine Familie. Mein Bruder sagte ja auch, das wird schon auch helfen, wenn dann so Lehrer über so eine Liste durchgucken und dann steht da Hohenstein, das hilft definitiv. Und auch bei der Wohnungssuche wird das so helfen. Mein Bruder erzählte da so fröhlich drauf los und ich sagte ja auch, definitiv hilft auch, wenn man sich halt für Dinge bewirbt und so. Und wir merkten, wie mein Vater immer ruhiger wurde und ruhiger wurde und dann auf einmal ganz kurz explodierte und dann einfach spazieren ging und verschwand. und was mir dann bewusst wurde und mir war das überhaupt nicht bewusst, weil jeder, der meinen Nachnamen kennt und weiß, das ist halt sehr häufig bei Vietnamesen und mir war überhaupt nicht bewusst, dass er so sehr an diesem Nachnamen hängt und wie wichtig ihm das ist, dass unsere Tochter auch diesen Namen halt trägt. Und klar, das darf man ja auch nicht vergessen, man hat ja nicht nur selber diesen Namen. Also mein Name ist eben auch der Name meines Vaters und der Name meiner Tochter ist auch mein Name und der Name meines Vaters. Und insofern hat ein Name schon auch eine Bedeutung und meine Frau guckte sich diese ganze Situation halt an und sagte dann sofort, du, weißt du was, wir nennen das Kind nach eurem Familiennamen, Mürn. Und ich sagte so, du, also es kam wirklich von ihr aus und ich sagte, du, also warum möchtest du das? Die so, du, zum einen habe ich gerade einfach wirklich auch gespürt, wie wichtig euch dieser Name halt ist, welche Bedeutung er hat im Kollektiv, also was das eben auch für andere Menschen bedeutet und zum anderen, und das hat mich total bewegt, sagte sie auch, ich möchte eigentlich auch, dass sie mit diesem Nachnamen ein Statement, einen Punkt setzt. Ich möchte, dass man diese Schulliste in der Grundschule durchgeht, kurz hängen bleibt und dann guckt und fragt, ah, woher kommt das? Oder vielleicht noch, ach ja, hast du eine vietnamesische Mutter oder einen vietnamesischen Vater? Ich möchte diesen Gesprächspunkt aufmachen, sagte sie. Ich möchte mich dazu bekennen, dass wir eben eine Mixed Family sind. Und dann war das, in diesem Moment war das dann besprochen und ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, wenn alle gesagt haben, ist egal oder beharrt werden, aber in diesem Moment hat meine Frau halt tatsächlich diese Geste, die eigentlich viel mehr als eine Geste war, weil sie ja eine Funktion erfüllt, eine viel größere Mission, wenn man so möchte, das hat mich total berührt und das war tatsächlich so einer dieser Momente, die werde ich nicht vergessen. Ja. Ich kann mich da recht gut hineinversetzen. Schließlich hat dein Vater aufgrund einer Wendung des Schicksals nicht nur sein Heimatland, sondern auch seine Frau verloren. Und als ob das nicht genug wäre, bahnt sich jetzt auch an, dass sein Sohn seinen Nachnamen, somit auch ein Stück weit seine eigene Identität ablegt und er auch diesen familiären Bezug verliert. Aber jetzt zu deinem Werdegang. Aufgewachsen bist du in Deutschland der 80er und 90er Jahre. Würdest du sagen, dass sich aus deiner Kindheit und Jugend heraus so eine Fähigkeit herauskristallisiert hat, die sich über die Zeit entwickelt hat und die du heute in deiner beruflichen Tätigkeit voll zur Blüte bringen kannst? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, inwieweit, und man denkt ja ganz selten über sein Leben nach, bis man zu einem Podcast eingeladen wird, inwieweit die Summe dieser Erfahrungen mich vielleicht per Zufall oder vielleicht eben auch nicht per Zufall zu diesem Punkt heute gebracht haben. Und ich würde diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Also, ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, der mir heute noch hilft und den ich wahrscheinlich als wirklich sehr kleines Kind schon entwickelt habe, ist die Fähigkeit, Räume zu lesen, Menschen zu lesen. Man muss sich das so vorstellen, man ist als Flüchtlingsfamilie in einem fremden Land und man kriegt relativ früh auch vermittelt, there is no way back. Also, mein Vater hat immer ganz klar gesagt, wahrscheinlich wird er da niemals mehr zurückreisen. Meine Oma hat immer ganz klar gesagt, sie will niemals mehr zurückreisen, das ist nicht mehr ihr Land. Das war auch natürlich emotional nach einem verlorenen Krieg. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, dass man sagt, wir sind jetzt in Deutschland und wir müssen uns maximal integrieren. Wir müssen Teil der Gesellschaft werden, weil wir können nicht zurück werden, nicht zurückgehen. Was natürlich dann passiert ist, dass man auch als Kind versteht, dass man auch dazu einen Teil beitragen muss, sich zu integrieren und zu helfen. Und ich sagte das ja eingehend, ich habe meine Oma bei allen Behördengängen eben begleitet, bei allem, was irgendwie offiziell mit dem Staat zu tun hatte, um eben auch als Dolmetscher zu agieren, um ihr auch zu helfen, auch um Dokumente zu lesen. Da war ich sieben oder acht oder so, also super klein. Und da habe ich so eine natürliche Art, aber ich habe immer darauf geachtet, eben zwischen den Welten zu vermitteln, zwischen, Anführungsstrichen, der deutschen Welt, meine Oma nahe zu bringen, du musst jetzt so machen, du musst dich jetzt so anstellen, wir müssen jetzt so ein Ticket ziehen. Und habe immer versucht, schnell Räume zu erfassen und Dinge zu erfassen, vor allem auch Menschen und Kulturen, um diese eben meiner Oma, meiner Familie nahe zu bringen. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine der Fähigkeiten, die dort gesät worden ist. Und daraus entwickelt sich natürlich auch eine übersteigerte Empathiefähigkeit, sich dann in die Menschen reinzuwetzen. Ich habe tatsächlich auch oft, einfach nur als Übung, mich dann in Anführungsstrichen in die Deutschen reinversetzt und dann gedacht, oje, vielleicht sind wir gerade zu laut mit der ganzen vietnamesischen Truppe, die halt gerade macht und dann nochmal den Leuten halt gesagt, ja, für die Deutschen ist es jetzt um diese Uhrzeit so ein bisschen laut und habe mich dann auch mal da reingefühlt und habe tatsächlich immer versucht, irgendwie beide Kulturen halt zu verstehen und diese Dinge eben ein Stück weit miteinander zu vernetzen. Und ich glaube, Empathiegefühl, Übersetzen von Kulturen sind bis heute eigentlich meine zentrale Funktion. Ich übersetze ja im Kern Kulturen aus den Bereichen Fantasy, Gaming, asiatische Popkultur mit den Kulturen von Corporates, also großen Automobilherstellen, globalen Luxusmarken und versuche ja dort auch eben diese Kulturen zueinander zugänglich zu machen und daraus auch eine Win-Win-Situation zu generieren. Und das, glaube ich, hat mich definitiv geprägt. Und hattest du in der Kindheit gewisse Berufsbilder, die du gerne nachahmen wolltest? Es gibt im Prinzip zwei Berufsgattungen, die ich als Kind faszinierend fand. Das eine war, Architekt zu sein. Ich hatte Lust, Architekt zu sein, Dinge zu erschaffen, Welten zu bauen. Das, was auch tatsächlich aus meiner Fantasie immer auch stark ausgeprägt war. und das andere, was ich irgendwie spannend war und das lag vielleicht aber tatsächlich auch wieder an Popkultur, weil ich ganz viel Ellie McBeal geguckt habe mit meinem Vater. Ich fand das Anwaltsein irgendwie auch spannend, dieses irgendwie im Zentrum eines Raumes stehen und Menschen mit Worten, Kausalitäten und ein bisschen auch guten Geschichten erzählen, zu überzeugen und zu berühren. Ich habe dann aber in der Schule ein Praktikum bei einem Anwalt gemacht und dann habe ich schnell gemerkt, dass deutsche Gerichte überhaupt nicht wie Ellie McBeal sind und habe das dann irgendwie ad acta gelegt. Unterm Strich mache ich aber jetzt das, was mich an diesen zwei Jobs interessiert hat. Ich baue Welten, ich designe Dinge, designe vielleicht keine großen Häuser, aber ich designe zumindest Fashion, Capsule Drops, ich designe ein Stück weit eben auch mit FMG-Produkten, Partnerschaften und Architekt versucht ja auch immer quasi etwas in ein Stadtbild rein zu integrieren und dem halt Mehrwert zu geben. Das ist das, was ich mit kulturellem Marketing auch tue und glaube ich, die rhetorischen Fähigkeiten, Dinge zu sagen, Geschichten zu stricken und zu erzählen und kommunizieren, um Leute zu bewegen und zu überzeugen, das mache ich auch, auch wenn ich nicht in Ellie McBeal mitspiele. Du hast dich letztlich für das BWL-Studium entschieden, hast das in Maastricht, in Singapur und in Rotterdam studiert. War das für dich einfach ein Studiengang, der dir einfach sehr viele Optionen ermöglicht oder wie bist du letztlich da zugekommen? Wir können leider nicht rekonstruieren, wie ich zu diesem Studiengang gekommen bin. Es war eine Nacht- und Nebelaktion. Man muss wissen, dass ich in dem Kern vor allem ein Mensch, der intuitionsgetrieben agiert. Also meine zwei Fähigkeiten, die ich bis heute, wenn ich etwas beschützen dürfte für meine berufliche Entfaltung, wäre sicherlich das Übersetzen der Kulturen und Welten und mein Bauchgefühl. Und ich habe über die Jahre auch gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das heißt, irgendwie zu irgendeinem Moment hat zu mir irgendjemand gesagt, hey, pass auf, wir setzen uns jetzt in ein Auto und schreiben uns jetzt bei der Uni ein. Und ich bin ins Auto gestiegen und habe mich da zu dieser Universität halt hinfahren lassen, Universität Maastricht, und habe mich da eingeschrieben beziehungsweise dann beworben. Und das war tatsächlich nicht das Resultat einer großen Analyse, sondern es war, in dem Moment fühlte sich das einfach richtig an, da hinzufahren. Und dann passierte das einfach. Insofern zu sagen, warum ich das gemacht habe, mit den ganzen Vielfaltoptionen, wie die meisten, wenn Sie sagen, warum Sie BWL studiert haben, und ich weiß noch nicht mal, ob ich wusste, was BWL ist zu dem damaligen Zeitpunkt. Also ich hatte gerade frisch Abitur und das war eine komplett intuitionsgetriebene Entscheidung. Und aus den Medien liest man ja, du bist nach deinem Studium dann zu Jung von Matt gekommen, hast dort ein Praktikum gemacht und dein Werdegang liest sich ja also wirklich wie so ein Märchen, wirst jüngster Partner der Firmengeschichte, bist jetzt Partner der Holding, bist Gründer einer eigenen Tochtergesellschaft. Also unglaublich. Was waren die wesentlichen Ereignisse, die letztlich dich dazu gebracht haben, diesen Weg bei Jung von Matt zu gehen? Weil so wie ich das zumindest herausgelesen habe, war das ja nicht im Vorfeld programmiert. Man macht halt mal ein Praktikum und zieht dann entsprechend weiter. Aber irgendwas hast du dort vorgefunden, was dich hat entfalten lassen. Vielleicht kannst du das einfach mal so diese unterschiedlichen Eindrücke und aber auch die unterschiedlichen Menschen, die dich wahrscheinlich auf dem Weg dorthin sehr gefördert haben und auch geprägt haben. Noch ein bisschen schildern. Die Grundintention war erstmal nur ein Praktikum zu machen, sechs Monate und dann raus. Und der Grund, warum ich mich für Jung von Matt damals entschieden hatte, war ganz banal. Dort wusste ich, kann man kreativ sein und man muss keinen Anzug tragen. Ich wusste auch gar nicht, ehrlicherweise, welche Reputation Jung von Matt hatte. Man hatte mir nur empfohlen, du, wenn du in die Werbung oder ins Marketing gibst, ist das die Adresse number one. Ich bin aber tatsächlich reingestolpert, aber bis heute geblieben. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Das eine Aspekt ist, glaube ich, und auch das hat ein bisschen an Reflexion bedarft, bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, warum ich hier so gerne bin, Jung von Matt hat für mich was total familiäres. Also ich bin ein Familienmensch, also unsere Sippe, unser Clan hat heute so einen blöden Ruf, ja, aber bis vor ein paar Jahren war das ja noch ein schönes Wort, aber irgendwie so meine, alles, was ich so mache, hat einen starken familiären Bezug. Ich mag Traditionen, ich mag Rituale, auch wenn ich als jemand bin, der gerne auch progressive Entscheidungen halt trifft, finde ich, die Mischung macht es. Also eine starke Wurzel, einen starken Familienzusammenhalt, starken Kollektiv sein, und das hat mir Jung von Matt auch immer gegeben. Es ist mehr als einfach nur ein Arbeitsplatz, ist ein kultureller Ort, mit einer stiftenden Identität. Und der andere Aspekt ist, ganz klar, dass diese Firma Individualisten sein lässt. Diese Firma ist eigentlich ein Kollektiv an freien Radikalen, wenn man so möchte. Leute, deren Job es ist, Grenzen auszuloten, Grenzen auch mal zu durchbrechen. Ich muss mich nicht verstellen, ich kann alle meine Macken ausleben, von denen ich nicht zu wenige habe. Das war, glaube ich, ein Punkt, warum mich diese Firma als Marke erst mal begeistert hat. Dann hatte ich natürlich auch das Glück, dass ich auch über die Jahre hinweg auch immer sehr, sehr gute Mentoren hatte, die mein Potenzial auch gesehen haben und mich auch immer auch gefördert und gefordert haben, auch wirklich auch immer in dieser Kombination. Und dazu gehören natürlich, und das ist, glaube ich, auch so ein Privileg, was ich eben hatte. Ich habe eben noch wirklich die allerersten Firmengründer miterleben dürfen. Jeremy von Matt und Holger Jung war auch deren wissenschaftliche Assistent. Also man hat mir sehr, sehr viel Vertrauen noch geschenkt und später dann auch Peter Fiege, unser aktueller CEO, der gesagt hat, du, bau dir deine Firma, wie du es hamelst. Also ich glaube, die Menschen haben mir immer geholfen. Und dann, glaube ich, der letzte Aspekt, warum dann diese Karriere so gelaufen ist, wie sie ist und das wäre dann auch, glaube ich, etwas, was ich dann auch allen mitgeben würde. Natürlich gehört zu allem immer eine Portion Glück. Definitiv. 100 Prozent. Aber ich glaube, ich war jemand, der immer ready war, wenn das Glück kam. Ich war immer vorbereitet. Ich habe, ich würde gar nicht sagen, dass ich das Glück mit aller Macht provoziert habe. weil ich habe in den Momenten, wo ich gesehen habe, hier passiert gerade was. Hier kannst du mit einer hohen Risikobereitschaft dein Glück in die eine oder andere Richtung beeinflussen. In den Situationen war ich a, immer da und b, dann auch immer all in halt rein. Also das waren Situationen, in denen ich eigentlich nur als Schreiberling in einem Vorstandsmeeting saß. Ich saß da als 26-Jähriger irgendwann mal so im Strategiebüro und habe gearbeitet und dann kam tatsächlich einer unserer Firmengründer halt rein, steckte den Kopf rein und sagte folgendes, du Thorn, wir haben morgen eine total wichtige Kundenpräsentation und der Kunde glaubt nicht, dass wir international können. Das ist halt schon lange her. Ich brauche fremdaussehende Menschen. Und ich sage zu ihm, alles klar, ob wie viel Uhr ich bin dabei. Dann geht er wieder raus, kommt wieder rein und braucht zwei, drei schlaue Gedanken zum indischen Markt. Ich so, okay. Und dann wirklich die ganze Nacht den indischen Markt durchforstet und alles gelernt, auswendig gelernt und sowas. Das meine ich eben auch. Also dann diese Chancen ergreifen. Dann saß ich tatsächlich am nächsten Tag in diesem Meeting, in dieser Kundenpräsentation und wir diskutierten über eine Farbe und der Kunde sagte, ah, diese Farbe, die quasi die gesamte Kampagne die ganze Markenidentität begleiten sollte, diese Farbe, die wäre aus deren Sicht nicht Premium. Und wir sprachen witzigerweise über die Farbe Grün. Also so ein ganz komischer Grünton war das. Und der Kunde sagte, ja, und der Kunde kam damals zu dem Zeitpunkt aus der Schweiz und sagte, ja, wir sehen eher so eine Weißwelt. Viel Weißraum, minimalistisch, das ist Premium. unsere ganze Kampagne basiert habe auf der Farbe Grün. Grün war ein elementarer Bestandteil und es war wieder so eine Situation, stuck. Und keiner sagte was und es war ganz komisch. Und dann dachte ich, ja, okay, also dann sagst du mal was. Und dann habe ich Folgendes gesagt und ich muss selber überlachen, dass ich das gesagt habe und dass es funktioniert hat. Ein Stück weit war es aber auch so. Ich sagte, ja, wenn ich jetzt vielleicht an der Stelle was sagen dürfte, wie sie an mir erkennen können, mir schlagen ja irgendwie zwei Welten, ich bin in Deutschland aufgewachsen und verstehe auch die westliche Welt und auch deren Ästhetikgefühl. Aber ich habe natürlich auch eine asiatische Herkunft und für uns war das auf jeden Fall als Kinder immer so, das Erste, was wir von unserer Oma bekommen haben, war immer ein grüner Jadestein in Form eines Buddhas. Und für uns ist die Assoziation mit dieser Farbe Grün eben Werthaltigkeit, was Besonderes. Und der Kunde guckte mich an und das war ganz lustig und sagte, wir wollten Ihnen auf keinen Fall zu nahe tritt, indem wir die Farbe Grün devaluiert haben. Ich so, nein, nein, haben Sie überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, also Grün hat tatsächlich im asiatischen Raum eine wichtige Rolle. Und Asien war tatsächlich damals so der Wachstumsmarkt natürlich schlechthin und dann wurde es Grün für diese Kampagne und diese Farbe. Und unser Vorstand guckte ihn an, nickte dann nur so und meinte so, okay, geclosed. Und ich so, geclosed. Und war das ein Moment der Intuition oder ist das etwas, was du dich in der Nacht zuvor so hineingefräst hast und das aufgesogen hast? Totale Intuition und Risiko. Okay. Also hätte ja auch eine total depperte Geschichte sein können. Dann kommt irgendwie hier der Junior um die Ecke und erzählt irgendwas von seiner Oma, der die grünen Jadesteine halt verteilt. Aber war das wirklich so? Also hat deine Oma dir auch diesen Jadestein geschenkt oder ist das eine Geschichte, die so ein bisschen geflunkert ist? Nein, nein. Wir haben tatsächlich alle diesen Buddha, grünen Jadestein in so einer Goldumrandung und generell eben auch grüne Artefakte im Haushalt gehabt, die tatsächlich auch zumindest, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ob Jade teuer ist, weiß ich bis heute nicht, aber auf jeden Fall hatte er immer eine Wertigkeit. Also es war tatsächlich, das war das, was mir in diesem Moment einfiel, was ich zu dieser Diskussion beitragen konnte. Und ja, und das waren jetzt oft auch in meinem Leben in Situationen, wo meine Intuition, mein Bauchgefühl sagte, sag mal das, reframe das mal so, erzähl das mal so. Und das ist das Schöne, glaube ich auch, man kann ja eben auch immer das Potenzial und die Geschichten unterschiedlicher Kulturen auch nutzen und auch, das hört sich jetzt so technisch an, aber auch definitiv auch hebeln. Es hängt ja auch immer vom Kontext ab, wer weiß es besser, wer kann es besser beurteilen, wer spürt es auch mehr. Vieles, was ja Kultur ausmacht, kann ja gar nicht anhand eines Wikipedia-Artikels gelesen werden. Das hat ja auch ganz viel mit Intuition und Gefühl zu tun. Also das macht ja den Unterschied am Ende des Tages halt aus und es ist, wie gesagt, es ist immer kontextabhängig. Du beschäftigst Dich mit Themen, die an der Speerspitze dessen sind, was sich aktuell entwickelt. In der Popkultur, aber eben auch im Wirtschaftsleben. Web 3.0, NFTs, Crypto und so weiter und so fort. Wie erklärst Du Deiner Oma, was Du da genau machst? Ich kann meiner Ehefrau schon nicht erklären, was ich genau mache. Also es gibt Missionen, also choose your battles. Okay. Also ich glaube, meine Schwester, die ein großer Disney-Fan ist, die versteht noch am ehesten so nativ, was ich mache, aber meine Frau, also manchmal höre ich es auf dem halben Ohr mit, wenn ich zu Hause bin, wenn meine Frau ihren Freunden, Freundinnen und ihrer Familie so versucht nahezubringen, was ich beruflich mache und es ist einfach nur witzig und aber ehrlicherweise, ich habe es aufgegeben. Keine Chance. Die Megatrends, die sich schon vor fünf Jahren abgezeichnet haben, dass Crypto relevant werden wird, dass NFTs kommen werden. Jetzt sind wir in einem Stadium, wo das zumindest in der medialen Landschaft wesentlich mehr auch positioniert wird, als etwas, was up and coming ist. Gibt es etwas, was du heute schon siehst, was sich so wirklich als Pflänzchen abzeichnet und wo du sagst, naja, in fünf Jahren, heute ist es noch nicht relevant, da ist es eher so für eine kleine Community, die sehen das, aber in fünf Jahren wird das definitiv kommen. Ja, es gibt, glaube ich, einige Aspekte, die sich gerade entwickeln, die für uns als Gesellschaft und damit meine ich wirklich auch über nur die wirtschaftlichen Dimensionen hinaus wichtig sein werden. Logischerweise bin ich aber jemand, der sagt, diese Dinge muss man kontinuierlich beobachten und auch damit experimentieren und lernen und auch teilweise selber investieren. Nur wenn man Skin in the Game hat, lernt man wirklich am intensivsten. Aber das sind natürlich alles Sachen, worauf ich nicht in die Glaskunde gucken kann. Was ich aber schon merke, was halt eine größere Veränderung von Stadtnacht ist, dass durch eben NFT und Blockchain und vor allem die Kombination mit eben auch Communities, die gerade sich entwickeln, die Ownership von digitalen Assets, also von digitalen Gütern, jetzt mal ganz polemisch, nur von JPEG-Bildern oder PNG-Dateien oder hin bis zu In-Game-Items, dass das schon ein Game-Changer sein wird. Für Leute, die sich vielleicht mit dem Thema nicht so wahnsinnig auseinandersetzen. Früher war das Internet natürlich so, dass man reingegangen ist und gelesen hat und geguckt hat und vielleicht mal ein Video angeklickt hat. Und das war so die digitale Experience des Web 1.0. Mit dem Web 2.0 kamen dann die sozialen Plattformen, Facebook, Instagram, Studio 4Z, MySpace und Co. Man hat nicht nur gelesen und konsumiert, sondern war teilweise eben auch ein Co-Creator, wenn man so möchte, der Inhalte. Man konnte selber schreiben, selber posten, selber Inhalte machen. Da sind ja ganze auch Industriezweige entstanden wie die Influencer, YouTuber und Co. Und was eben jetzt aber passiert ist, dass mit dem Web 3.0 man nicht nur Co-Creator ist, sondern auf einmal auch Co-Owner von gewissen Dingen. und ich finde, das birgt so viele Chancen, wenn man Teil von Projekten auf der Ownership-Ebene ist. Und ich versuche, NFTs, und das ist jetzt nur mal als einer von vielen Beispielen immer so zu beschreiben, ja, NFT hat viel, viel weniger mit Kunst zu tun, als man meinen würde. Es hat viel mehr mit Gaming zu tun und viel mehr mit Gamification zu tun. Aber große NFT-Projekte kann man eigentlich als kleine Mini-Ventures angucken, ja. Warum ist das so? Gute NFT-Projekte, die sich in der Wertsteigerung nach oben entwickeln, die Substanz aufbauen, guckt man sich genau nach den gleichen Muster und Kriterien an wie Startups. Wer sind die Leute, die dahinter stehen? Was ist deren Track Record? Was ist deren Mission? Was ist deren Roadmap? Wo wollen die hin, ja? Und dann investiert man, man investiert darin, wie man in eine Aktie investieren würde, indem man Teil eines Unternehmens halt wird, ja. Und das ist jetzt total spannend. Es entsteht eine viel, viel, viel größere emotionale Bindung zu einem Projekt, wenn man selber investiert ist, wenn man selber daran partizipiert, wenn der Kuchen größer wird. In den Projekten, denen ich teilweise investiert bin, zu sehen, welches Erdoutment kommt, welche Strategie wird jetzt demnächst erklärt, wohin geht die Reise, wie kann ich als User, Investor oder NFT Holder daran partizipieren, ist viel, viel stärker. Und ich finde, das hat auch was Romantisches logischerweise, weil es diese ganzen, ich nenne es jetzt mal, virtuellen Firmen, die irgendwo in der Welt rumwabern, wieder ganz nah an dich ranbringt. Ich stelle mir das so vor, dass es so gewesen sein muss, als man die ersten Aktien gekauft hat. Ja, dass man irgendwie noch das Teil hatte, so okay, das ist irgendwie die Telekom und ich bin irgendwie mit dabei und wow. Und Gesellschaft, der Versammlung, was ist denn das, gehe ich nicht hin, aber ich hätte ja theoretisch gehen können, und so, man hört auf mich. Und das ist gerade, was hat passiert, ist, dass Communities wieder Teile von Dingen halt werden. Das finde ich, das ist das eine. Dann, was eben auch spannend ist, dass diese Dinge, die gehören, aber dass du die logischerweise auch wieder verkaufen kannst, ja, und dass dadurch auch wieder neue Erlösströme generieren. Und in den südostasiatischen Regionen haben sich ja ganze Ökonomien gebildet, in denen Leute eben Dinge in Games, meistens eben NFTs, aber eben als Use Gays eben auch erwirtschaften, geirnt, erspielt haben und dann wieder verkaufen. Und damit, und das finde ich auch total wichtig, ihre normalen Familien im Real Life ernähren. Und das, finde ich, ist der zweite Punkt, der wichtig ist. Das eine ist halt Ownership und das andere ist, es ist keine isolierte Welt, zumindest in meinem Szenario nicht, sondern es ist eine Welt, wenn wir von Metaverse sprechen und von Web 3.0, die sowohl beides amplifiziert, den virtuellen Raum, aber auch den physischen Raum und die eben da auch Mehrwerte generiert. Und ich glaube, dass diese beiden Entwicklungen, sprich, ich bin Teil von etwas Größerem und das, was ich im Metaverse tue, hat auch Vorteile, Benefits für mein normales Leben. Ich glaube, das sind zwei Trends, die werden Bestand haben, die haben Substanz. Und darauf setze ich. Jetzt kann es ja sein, dass es die eine oder andere Zuhörerin gibt, die sich mit dem ganzen Thema noch überhaupt gar nicht wirklich auseinandergesetzt hat. Gibt es ein oder zwei Quellen, die du als eine sehr gute Einführung empfehlen könntest? Es gibt einen sehr guten Podcast aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist von dem Dr. Theo Pham, auch Vietnamese. Witzigerweise, sehr, sehr viele Leute, die im Bereich Crypto und Blockchain sind, sind Vietnamesen. Ich habe auch dadurch auch wieder ein neues Bonding gelernt. Das ist auch, was einen irgendwie verbindet. Der ist sehr zu empfehlen und im englischsprachigen Raum gibt es einen Podcast, der nennt sich Into the Metaverse, glaube ich. Der ist von Bloomberg. Der ist auch sehr zu empfehlen, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Das wären jetzt so aus meiner Sicht zwei sehr gute Startpunkte, um sich damit auseinanderzusetzen, weil selten eine Entwicklung und ein Phänomen gesehen, in der so viel gleichzeitig passiert, in der man aber auch so viel gleichzeitig lernt. Also ich lerne aktuell in diesem Segment, da lerne ich wahrscheinlich in einer Woche so viel, wie ich früher in einem Quartal gelernt hatte, weil man eben ganz viel miteinander kombinieren muss. Das ist sehr hell, macht sehr viel Spaß, aber schläft wenig. Wenn jetzt jemand mit 18 Jahren oder ein Jünger oder auch ein Ticken älter an dich herantreten würde und dich um Rat fragen würde, Thorn, was muss ich denn tun, damit ich ähnlich erfolgreich sein kann, damit ich mich ähnlich entfalten kann? Welche Ratschläge würdest du der Person geben? Das ist eine gute Frage, schwere Frage. Ich glaube, auch wenn ich über lange Zeit den Ruf hatte, dass ich ein totaler Effizienzer bin, teilen auch faul. Ich bin jemand, der wirklich auch so das Pareto-Prinzip lebt. Also immer nur auf die 20% fokussieren, die 80% des Unterschiedes ausmachen. Würde ich aber schon sagen, dass Fleiß qua Mindset, Fleiß qua Mindset, nicht qua Stunden, die man investiert und Präsenz, die man zeigt, aber einfach Fleiß als generelle Grundhaltung wichtig ist, genauso wie eben Lernbereitschaft. Das finde ich total wichtig, so ein Curious Mindset zu haben, immer, immer, immer lernen zu wollen, immer auch zu verstehen, dass Informations- und Wissensasymmetrie in welchem Umfeld auch immer ein extrem starkes Instrument sein können. Das werden so Dinge, die ich unbedingt... Sei fleißig und sei wissbegierig. Versuch so viel wie möglich zu lernen. Wir leben in einer Zeit, in der man so toll lernen kann mit diesen ganzen Podcasts und YouTube-Videos. Ich finde, das ist total wichtig, in gewissen Bereichen mehr zu wissen als andere. Und dann, glaube ich, was auf jeden Fall hilft, ist an die Dinge, zumindest habe ich das so gemacht und vielleicht ist es auch wieder ein Privileg, was aus meinem Charakter rauskommt, aber Dinge spielerisch anzugehen. Also diese ganze Firma, die ich hier aufgebaut habe, schreit dich ja vor Gamification logischerweise nur so an. Aber ich glaube, dass Dinge zu gamifizieren und die Welt aus der Sicht eines Gamers oder einer Gamerin zu sehen, wahnsinnig hilfreich sein können. Weil ich habe natürlich auch super viele Rückschläge erlitten. Und natürlich steht hinter jedem Gewinn, stehen auch Verluste und Niederlagen und nicht alles klappt. Und vor allem in der Branche, in der ich unterwegs bin, wo es Ideen, Strategien, aber am Ende des Tages auch Umsetzung gibt. Die Ratio zwischen den tollen Ideen, den Strategien, die mein Team und ich hatten und der Umzug, die ist katastrophal. Ganz viel passiert auch einfach nicht oder stirbt along the way. Also man muss immer wieder auch mit Setbacks und Niederlagen umgehen, aber man darf es sich nicht zu Herz nehmen, sondern Game Over means restart the game. Als Gamer versteht man auch, dass man zwar eine Hauptmission fährt, ich nehme jetzt mal die Karriereleiter, aber dass es auch immer wieder Side-Missions gibt, in denen man sich weiterentwickeln kann, in denen man hilft. Gamer sprechen dann immer vom Grinden, in dem man halt quasi tausend Sachen hat und man immer macht. Und als Gamer versteht man, auch die Side-Mission zu grinden oder hier nochmal Experience-Points und sagen, am Ende des Tages hilft das immer auch in der Main-Mission. Deswegen mit Niederlagen anders umzugehen, alles auch im Sinne einer Lernerfahrung, weil im Gaming geht es immer darum, Experience-Points halt zu sammeln und dann gehst du halt in eine Situation rein, kämpfst gegen diesen Dämonen, Klammer auf, Konzernvorstand, probierst XY-Strategie, kriegst voll auf die Fresse und dann weißt du, beim nächsten Mal musst du anders reingehen. Das verstehst du dann einfach. Es ist wie jeder, der schon mal ein Videospiel gespielt hat, da weiß, okay, springen, springen, springen und ganz am Anfang pushen nützt nicht, man muss eher abwarten und warten, bis der sich halt ausgeschlagen hat und dann gibt es immer so vier Sekunden, wo man reingehen kann. Und das ist eben, was super hilfreich ist, indem man sich auch nicht versteift und sagt, das muss jetzt genau so linear klappen, sondern die Welt ist nicht linear. Die Welt ist überhaupt nicht linear, sondern Setbacks gehören zum Erfolg mit dazu. Und ich bin ja ein großer Freund davon zu sagen, alles hat im Idealfall einen akkumulierenden Effekt. Mach nur Dinge, wo du sagst, sogar die Niederlage hilft mir. Also das würde ich dieser Person mitgeben. Sei fleißig, sei lernbegierig und geh es spielerisch an. Und die Person, die sich dich jetzt beispielsweise als Vorbild genommen hat, sagt, okay, ich muss die neuesten Entwicklungen zumindest verstehen. Und gleichzeitig läuft man ja auch Gefahr, irgendwo immer hinterher zu hecheln. Also wie schaffst du es, immer am Puls der Zeit zu bleiben? Indem ich mich fokussiere. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich fokussiere mich quasi immer auf so einen Sharp-Point, wo ich sage, der hat Pareto-Potenzial, der hat Leverage-Punkt oder sowas. Der hilft mir. Und wenn man diesen Sharp-Point kombiniert mit, was ich auch wichtig finde, mit einem Verständnis für den aktuellen jeweiligen Kontext, in dem man diesen Sharp-Point benutzen kann, kann immer eine Kraft entstehen. Ich glaube, was auch wichtig ist, so für Leute, die vielleicht auch einen Migrationshintergrund haben, ist, man ist nicht immer derselbe Migrant. Sondern es ändert sich permanent, je nachdem, wo man hingeht und wo man ist und was man halt macht. Und damit ändert sich auch, das hört sich erstmal so schockierend an, wenn man das hört, ist aber eigentlich eine Chance, auch die Identität wandelt sich damit. Auch die Identität ist immer mit dem Kontext abhängig. Und das ist so wichtig halt zu verstehen, dass die eigene Identität auch immer erst im Kontext Kraft entfaltet. Und man muss da immer seinen Sharp-Point finden und das halt so machen. Und den kann man trainieren. Den kann man trainieren. Man kann sich Kontext zu einem gewissen Grad ja auch aussuchen. Man sucht sich ja auch immer gegenseitig an und da seinen Sharp-Point halt ausarbeiten. Und genauso wie wenn ich im Taxi bin und ich bin irgendwie, keine Ahnung, der junge Typ, der irgendwie nach einem Jobgespräch sucht und dann irgendwie 17 Minuten später in der Vorstandsetage sitzt, und dann das Wunderkind halt bin, muss man eben mit den Situationen halt einfach verstehen, dass das halt so ist und muss eine aktive Rolle einnehmen. Das ist ganz wichtig. Man muss eine aktive Rolle einnehmen. Und man ist halt nicht immer der gleiche Migrant. Und ich glaube, dass das so etwas ist, was ich auch den jüngeren Leuten immer gerne mitgeben würde, weil sie immer sagen so, das ist mein Schicksal, ich bin so, wie ich bin. Und sie versuchen, ihr Umfeld dann quasi dann so stark zu beeinflussen oder darauf zu reichen. Während ich aber sagen würde, naja, also such doch deinen Sharppoint halt raus, weil du bist nicht immer derselbe. Das zeigt mir einmal mehr, wie sehr du dich mit deiner Vielfalt in deinem Berufsleben voll ausleben kannst. Und aus diesem Grund bist du für mich ein tolles Vorbild für all jene, die mit ihrer kulturellen Identität zwischen zwei Stühlen sitzen und nun sehen, dass es Menschen wie dich gibt, die ihre kulturelle Vielfalt in ihrem Beruf auch zur Blüte bringen können. Ich glaube, um an diesen Punkt zu kommen, muss man halt durch sehr, sehr viele Zyklen gelaufen sein. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich mich halt maximal selbst verwirklichen darf in der Bürooptik, in dem Branding, mit mir als Person und wie ich mich darstelle in der Auswahl meines tollen Teams und meines Geschäftspartners. Aber es ist, glaube ich, das Resultat eben von vielen Zyklen und Adaptionsschleifen, die ich auch gemacht habe. Aber es ist ja nicht so, dass ich immer schon so sein durfte, wie ich bin, 100 Prozent. Ich hatte ja auch viele Probleme in der Schule, weil ich so ein Individualist war in gewissen Teilen, weil ich auch als Rebell gesehen worden bin. Und da musst du natürlich dich auch mal mitzunehmen. Und es hat auch, glaube ich, immer so, in der Wirtschaft wurde man als Time-to-Market, wann bist du, wann, wie, wo. Und das ist, glaube ich, spannend. Aber das ist nicht von heute auf morgen, sondern es ist tatsächlich so die sukzessive Akkumulation von eben Adaptionszyklen, wo man aber immer wieder, und das ist, glaube ich, das, was ich als wichtig empfinde, wo man aber immer wieder auch grenznah ausgetestet hat. Wie weit kann ich jetzt gehen? Ah, das geht, das geht, das geht super, super. Okay, jetzt zu weit. Okay, dann wieder eine Pause. Also Rhythmus spielt eine total wichtige Rolle, um an den Punkt zu kommen, an dem man dann wirklich auch seine Karriere zu seiner Karriere machen darf. Was, glaube ich, auch, wenn wir von Vorbildfunktion halt sprechen, ich finde das schon auch wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass kulturelle Vielfalt ein brutales Asset ist. Und mit kultureller Vielfalt meine ich gar nicht nur den Phänotypen oder die Ethnie. Ich habe ja mein Glück, und das empfinde ich im Nachhinein auch als Glück, auch wenn es auch manchmal für mich schwer ist, aber ich habe ja ganz viel an verschiedenen Kultur- und Lebensarten kennenlernen dürfen als Asiate, als Vietnameser, als Deutscher, als Superdeutscher, der immer noch mehr integriert sein musste, noch Deutscher als die Deutschen, war ja immer der Satz, den meine Oma mir immer gesagt hat, du musst Deutscher als die Deutschen sein. Aber ich habe ja auch verschiedene Milieus erlebt. Also das Krasse ist ja, wir waren ja auch sehr, sehr arm. Also ich kenne halt wirklich auch Armut und Sparen und Zusammenhalt. Und jetzt ist mein Vater Chefarzt, stellvertretender, ärztlicher Direktor, Professor, und letztes Jahr war der auch noch Rotary-Club-Präsident. Und ich kenne diese andere Seite auch, wie das halt eben ist in diesem Rotary-Club mit diesen Normen. Und das ist ja auch, also auch Milieu ist ja eine Kultur, aus welchen Milieus. Und das sind alles so richtige Aspekte, die man miteinander kombinieren kann, die man auch einfließen lassen kann und sagen, naja, also das ist jetzt wichtig, weil es in dieser Kultur so und so ist. Und ich finde, das ist ein brutales Asset, was die Leute definitiv nutzen sollten und was sie aber auch pflegen und forcieren sollten. Die müssen auch in diese Kulturen halt rein. Ja, Für mich ist Kultur aber was, etwas, was immer wieder neu verhandelt wird. Also Kultur ist im Wandel, ja, und Kultur muss sich auch anpassen und es muss sich auch natürlich auch den Ansprüchen der Generation Woke anpassen. Das ist total wichtig, aber es ist nicht binärisch. Es ist nicht nur das oder das, sondern es ist immer wieder ein Diskurs und es ist immer auch wieder out of comfort zone. Ich bin auch manchmal ehrlicherweise out of comfort zone, wenn die jungen Woke People Sachen zu mir sagen. Und ich würde mir wünschen, dass Leute viel mehr in Kulturen halt reinjumpen. Und das, keine Ahnung, jeder macht mal eine Übung, mal, keine Ahnung, eine Woche mal so richtig super straight Allmann sein. Und das ist wirklich so. Also ich habe tatsächlich früher mich super oft in die Deutschen reinversetzt und habe überlegt, was für eine Belastung sind wir jetzt für die, als quasi 35 laute Vietnamesen, die in einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben. Ich finde, das ist total wichtig, dass man diese Empathie füreinander aufbringt. Ja, ich glaube, wir müssen die Gemeinsamkeiten wiederentdecken oder stärker in den Vordergrund stellen, weil die Gemeinsamkeiten sind es letztlich, die uns auch als Gesellschaft nach vorne bringen. Wir können nicht irgendwie als Sub-Community und Partikularinteressensgemeinschaft versuchen, irgendwie voranzukommen. Das wird uns als Gesellschaft eher auseinanderdividieren. Total. Das ist die große Gefahr. Man fokussiert sich zu sehr auf die Unterschiede als auf die Gemeinsamkeiten. In dem Moment, wo man sich auf die Gemeinsamen fokussiert, fokussiert man sich ja wieder auf den Menschen. Sehr schön. Thorn, das war eine echte Tour de Force. Dein Leben, dein beruflicher Werdegang, die Themen, die dich begeistern, die für uns wichtig werden. Und da hast du uns einen super Einblick geschenkt. Ich möchte mich sehr herzlich für deine Zeit bedanken. Weiß, wie umtriebig du bist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Herzlichen Glückwunsch. Gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Liebe HörerInnen von MigrantStory, wir brauchen eure Unterstützung. Denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App. Wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Creative Producer Idir Benmama Redaktion Yousaf Breschner Ton Erik Gierich Musik Scream Harder von B.I.G. Special Thanks Doana Ariane Navid Breschner und die gesamte Breschner